Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video mit einer extremen, tragischen Thematik und zwar die zwölfjährige Luise. Die meisten von euch haben das mitbekommen, Luise wurde in Nordrhein-Westfalen in Freundin statt von einer zwölfjährigen und von einer 13-jährigen Täterin niedergestochen und ist infolge der Verletzungen gestorben. Was ist passiert, nur um das einmal kurz einleitend auszuführen. Luise hat bei ihrer besten Freundin geschlafen, 13 Jahre alt, die beste Freundin, und dann sind die am nächsten Tag, kam eine weitere Freundin dazu. Und dann sind die drei Mädchen im Wald spazieren gegangen und dann kam es dazu, dass die beiden Mädchen mit über 30 Messerstichen, so wie ich das jetzt gelesen habe, auf Luise eingestochen haben und Luise ist dann infolge der Verletzungen, verblutet, dann gestorben. Motiv war wohl, dass Luise von den beiden Mädchen gemobbt worden und schikaniert worden ist und sie hat sich deshalb wohl im Vertrauen an Erwachsene gewandt und sicherlich haben die Erwachsene, die Mädchen oder Einzelmädchen, dann zurechtgewiesen. Und es war wohl eine Racheaktion, so wie das mitgeteilt wurde. Die beiden Mädchen sind jedoch strafrechtlich in keinster Weise zur Verantwortung zu ziehen, denn sie sind mit unter 14 noch strafunmündig. Diese Altersgrenze steht natürlich jetzt extrem in der Kritik und auch in der Debatte. Darauf kommen wir gleich einmal kurz zu sprechen, denn mich interessiert natürlich enorm, ja, wie findet ihr diese Altersgrenze von 14 Jahren? Das Jugendgerichtsgesetz hat das geregelt, ja, so steht es im Paragraf 1 JGG nun mal drin. Dieses Gesetz gilt, also das Jugendgerichtsgesetz, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. Hier natürlich Totschlag oder Mord, ja, daran denkt man sofort. Und dann, weil ja Absatz 2 JGG das so eindeutig niederlegt, Jugendlicher, Heranwachsender, wann ist man Jugendlicher? Das regelt Absatz 2, Jugendlicher ist, wer zur Tat 14, aber noch nicht 18, Heranwachsender ist, wer zu der Tat 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist. So ist das geregelt in Deutschland zumindest. Und die Frage ist, geht das noch, passt das überhaupt noch zusammen, was haltet ihr davon, wie findet ihr das, denn es ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es da ein totes Mädchen gibt, ein kleines totes Mädchen gibt, was unfassbar schrecklich ist, aber strafrechtlich sind die Täterinnen dafür nicht zur Verantwortung zu ziehen. 2021 gab es über 3500 Tatverdächtige unter 14 Jahren. Das ist schon Wahnsinn und natürlich viel, viel mehr als vor 30 Jahren. Und das ist nur die, ja, die offizielle Zahl. Wahrscheinlich gibt es auch viel, viel mehr Straftaten, die von unter 14-Jährigen begangen wurden, wo man sich vielleicht gedacht hat, ach komm, ich mache gar keine Anzeige oder ich nehme das jetzt auch nicht auf, weil die sind eh strafunmündig. Und daran anknüpft natürlich auch die Frage, kann man das noch vergleichen mit beispielsweise 14- oder 13-, 12-Jährigen von vor 30 Jahren? Also sind heute 12-Jährige so wie 12-Jährige damals? Ich glaube, jeder von uns weiß, dass es nicht der Fall ist. Ja, also die äußeren Einflüsse, diese Dynamik der Gesellschaft, auch Internet natürlich, soziale Präsenz, Einflüsse, Erziehung, das sind alles so viele Faktoren, die sich geändert haben im Laufe der letzten Jahre und auch Jahrzehnte. Und man kann nicht sagen, dass heute ein 12-Jähriger noch auf dem Stand ist wie damals. Also ich mit 12 hätte die Hemmschwelle niemals überwinden können. Jemanden derart, auf jemanden derart körperlich einzuwirken, ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn man sich das mal jetzt im nahegelegenen Ausland anschaut, in England zum Beispiel, da ist es so, da ist die Grenze bei 10 Jahren. 10 Jahre finde ich wiederum auch sehr, 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 sehr gering, findet ihr 10 Jahre, was sagt ihr dazu in Irland? Zum Beispiel, da ist es so, dass man auch, also ab 12 Jahren, ja, ist man strafmündig, außer in Fällen von Mord, Totschlag, Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs, da liegt die Grenze bei 10 Jahren. Ja, also da wird dann abgestuft, ja normal 12, aber bei diesen schweren Delikten mit so einem enorm hohen Unrechtsgehalt dann bei 10 Jahren bereits. Die Frage ist natürlich, was für Konsequenzen drohen den beiden Täterinnen jetzt in der Hinsicht? In dem aktuellen Fall ist es so, dass das Jugendamt die beiden Mädchen in Obhut genommen hat. Das ist möglich, ja, die Behörden müssen natürlich auch darauf reagieren. Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, also so einen Fall in dieser Eskalation hat es bisher noch nicht gegeben. Deswegen erstmal die Inobhutnahme und das weitere Vorgehen, weil es dafür halt einfach kein standardisiertes Verfahren gibt, wird jetzt noch erörtert und überlegt. Allgemein, wenn es immer wieder zu Straftaten von Jugendlichen, die noch nicht strafmündig sind, kommt, ja, dann kann es sein, dass das Jugendamt zum Beispiel eine Familienhilfe installiert, ja, also das sind dann Mitarbeiter der Behörde vom Jugendamt, die dann in die Familien gehen und sich das anschauen. Ja, wie läuft das mit der Erziehung, sind die Eltern überfordert, klappt das alles so richtig jeden Tag, keine Ahnung, dreimal die Woche, zweimal die Woche, am Wochenende, was auch immer, das ist möglich seitens der Behörden. Man kann auch so weit gehen, dass man sagt, die Kinder, die kommen in eine Pflegefamilie oder in ein Heim, wenn zum Beispiel das Kindeswohl, ja, wozu natürlich auch der normale Reifeprozess, die Entwicklung gehört, zu sehr gefährdet ist zu Hause, dann können die Kinder auch in ein Heim oder in eine andere Einrichtung und Pflegefamilie kommen. Und was auch möglich ist und was ich glaube, was in dem Fall passieren wird, ist auf kurz oder lang, dass die Kinder in eine Jugendpsychiatrie kommen. Also auch das ist möglich, das ist so, ja, so Ultima Ratio, so das Letzte, was man vornehmen sollte, aber hier ist natürlich die Frage, warum ist da so, fernab von dem Motiv, also tatsächlich, was hat diese Hemmschwelle, was hat da dazu geführt, dass die Hemmschwelle überschritten wurde, da jemanden zu töten, was ist da in den Köpfen passiert und das kann man natürlich besser in der Psychiatrie untersuchen und der Sache auf den Grund gehen. Denn man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, das Jugendgerichtsgesetz, das sanktioniert ja nicht, wie das Erwachsenenstrafrecht und das Jugendgerichtsgesetz oder das Jugendstrafrecht allgemein, ja, das soll ja erziehen. Das bedeutet, der Erziehungsfaktor, der ist im Vordergrund und nicht der Bestrafungsfaktor, ja, also vor allen Dingen, natürlich soll man vermeiden, dass sich Jugendintensivtäter entwickeln. Man soll natürlich vermeiden, dass diese Jugendintensivtäter sich entwickeln und gerade kann, gerade zumindest aus Sicht des Gesetzgebers ist es so, dass man an den Jugendlichen noch in erzieherischer Art und Weise ansetzen kann. Zum Beispiel so eine Jugendstrafe, ja, so wenn jemand ins Jugendgefängnis geht, geht ja auch nur dann, wenn man sagt, okay, unabhängig von der Schwere der Schuld, wenn mit normalen Mitteln oder wenn erzieherisch nicht mehr anders auf die Kinder eingewiegt werden kann oder auf die Jugendlichen, als dass man sie jetzt einmal ins Gefängnis steckt. Ich sage eine Sache kurz vorab, ja, auch das bringt nichts. Wir haben eine Rückfallquote von Jugendlichen, die im Jugendknast gesessen sind, von über 70 Prozent, also auch der Jugendknast bringt überhaupt nichts. Eigentlich muss das ganze Ding mal überarbeitet werden und reformiert werden, wenn man mich fragt, nur mal, aber gerade, ich habe es ja gerade so ein bisschen deutlich gemacht, schon diese Altersgrenze, 14 Jahre, die ist einfach, das passt einfach nicht mehr. Naja, die Gesellschaft ist so dynamisch, das Gesetz, wie wir es haben, die Strafprozessordnung, das Jugendgericht ist super, ja, gar keine Frage, aber die Gesellschaft entwickelt sich einfach viel zu dynamisch, wenn man mich fragt, sodass man überlegen müsste, dass, ja, der damalige Zwölfjährige, der ist heute lange nicht mehr wie ein Zwölfjähriger, sondern die sind viel, viel weiter im Kopf, nun mal, ist einfach nun mal so. Und ich kann das in meiner täglichen Arbeit ja auch nur beobachten, ja, so wie viele Messerstechereien, ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen, wie viele Messerstechereien ich verteidigt habe, letztes Jahr, vor drei Jahren noch nicht, ja, und wie jung die Täter sind, die extreme Gewalttaten begehen, das ist unfassbar, also das ist eine solche gefährliche Entwicklung, die man sieht, da muss man einfach mal über eine Änderung tatsächlich nachdenken. Und das, die Diskussion hatten wir letztes Mal auch in der Gerichtsverhandlung, ja, mit einem befreundeten Anwalt von mir auch, ähm, wir haben gesagt, ey, das gibt's nicht, jedes Mal Messerstecherei, gar keine normalen Körperverletzungen mehr, sondern die übertreiben so völlig und werden so jung dabei. Ähm, zu dieser Thematik fällt mir noch ein, also rund um den Fall von der Zwölfjährigen Luisa, ein guter Freund von mir, der Rechtsanwalt Ingo Bott, ein super Strafverteidiger, auch, ähm, bei der Welt und, ähm, in der Welt und auch bei der Rheinischen Post nochmal einen Artikel zugeschrieben, packen wir den Link mal rein, checkt das auf jeden Fall auch mal aus, sehr spannend und auch sehr nachvollständig. geschrieben. Solche Thematiken ist natürlich auch für mich, wenn ich darüber berichte, ich will das Thema natürlich auch mit euch diskutieren, gerade diese Altersgrenze, gerade das Jugendstrafrecht, aber, ähm, es ist unglaublich tragisch und ich hab gar keine Worte, ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, was man der Familie mit über den, mit auf den Weg geben soll, ähm, es ist mein Beileid und alles Gute, was auch immer man da sagen soll, da fehlen einem wirklich die Worte offengestanden, aber, ähm, ich dachte dennoch, dass wir darüber einfach mal berichten sollten, ähm, ich halte euch in Bezug auf diesen Fall selbstverständlich auf dem Laufenden, bleibt zu hoffen, dass es ein unglaublicher Einzelfall war, der so nicht mehr passiert und, ähm, ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, wünsche allen noch einen schönen Abend und bin natürlich auf eure Feedbacks unter dem Video hier gespannt, alles Gute.